Gerade. Boah, jetzt muss ich... Ah, ich weiß, jetzt muss ich... Bann, gell? Aber gerade denen waren es noch zwei gewesen. So, Schobi, irgendwas machst du da? Bei denen waren es noch voll, waren es 20, aber waren es 14. Das schwankt immer. Warum hast du jetzt eigentlich den Dings oben? Boah, jetzt muss ich... Ah, ich weiß nicht. Ja, weil ich eingeladen hast, glaube ich. Ich bann sonst immer Nidalee, Jenner und irgendein Jungler noch. Ich würde sonst Jenner spielen wollen. Äh, Nidalee. Jenner. Dann bann Jenner raus. Erstmal. Oder Reksel. Ja, spiel ich Nidalee. Soll ich vielleicht Irelia bann? Ich würde sagen, nein. Nur weil es jetzt einmal stark war. Also, wir haben ja auch schon Irelia gehabt, die waren wir auch schon zerstört. Also, sowas ja jetzt nicht. Meine Meinung. Meine Meinung. Ich bin halt oft draus. Also, Irelia ist auf jeden Fall ein Bann-Werby. Aber wir können die auch früh picken, wie gesagt. Das ist ja nicht das Problem. Ich hab Firstpick. Ich kann Irelia picken. Was wäre denn für dich, wenn du Irelia spielst, einen Counter, wo du echt Probleme mit hast? Ja, bestimmt genau. Oder wie gesagt. Nicht einen Counter, wo du einfach farmen kannst, weil das geht ja mit Irelia ganz gut. Ich kann. Also, mir fällt nichts ein, wo ich wirklich Probleme hätte auf der Top-Lang-Gegen. Ey, Tobi, ich bin EX-FZ. Ja, weiß ich. Ja, gut. Vielleicht Gnab an oder sonst noch, keine Ahnung. 2. Also, es gibt Match-Ups, die sehr Snowball, die sind sowas wie Jaxx oder Rumble halt. Aber gut. Soll ich Irelia jetzt picken? Dann sag ich mal so, solange Irelia offen ist und du sagst, du fühlst sie mich ja mega sicher, dann picken wir die einfach. Ja, können wir auch machen. Ich meine, wenn du mit dir echt gut klarkommst und du dich sicher bist, dann brauchen sie immer so eine Pick-Ups. Was Top-Lang auch immer geht, ist sowas wie Lulu oder Morgana. Die können auch gegen Irelia eine AFK-Farm. Es gibt halt, man kann jede Lane zu AFK-Farm-Lang machen, das ist jetzt nicht das Problem. Oder Maulfight kann auch AFK-Farm, wobei das ist das Match-Up-Level. Philipp, dann pickst du mich, äh, Philipp, dann pickst du mich einfach, äh, Dings. Nidale. Okay. Es ist halt, gegen Rumble Irelia, wenn ich das pick, dann ist es halt, wenn du eine Lane die ganze Zeit Duels machst. Du musst nie nur am AFK-Farm. Die Lane, die kämpft die ganze Zeit. Du machst die ganze Zeit Flamespitter oder sowas. Man kann auch eine Lane zum Beispiel Lulu picken, die kämpfen nicht. Die stehen einfach nur die ganze Zeit rum und machen ihre Kuss. Ja, Tobi, gib mir die Boob-Camp, los. Insofern. Boob-Camp, Boob-Camp. Halt die Klappe jetzt. Halt die Klappe jetzt. Das ist der Rest. Wie kannst du Nami picken? Ja, Philipp, pick mir eine Nidale. Oh, warte mal, stopp. Keine Nami, keine Nami. Ich will diesmal noch keine Artic-Carry picken, sonst dreh ich wieder durch, Alter, wie beim letzten Spiel. Was wolltest du jetzt für einen Supporter? Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Oh, scheiße, Alter. Es gibt ja verdammt viele... Alter, kein Midline-Champ ist gebannt. Doch, mach Nami, mach Nami. You sure? Nicht wirklich, aber mach Nami. Ja, sonst kannst du auch... Keine Ahnung. Ja, gut, jetzt zu spät, ne? Nami ist auch okay gegen Shibana. Mit Nidalee braucht man halt ein bisschen Disengage. Und jetzt am besten Wave clear in der Mitte noch. Wollen wir auf Poke spielen so ein bisschen? Mit Nidalee bietet sich das schon an, auf Poke zu spielen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Wave clear sowieso, sonst werden wir totgesiegt. Ja, das ist halt das Problem Cera, wenn halt Z, Ari und LeBlanc offen sind. Also Ari hat akzeptablen Wave clear. Die Sandra ist auch noch da. Willst du Zett picken? Uri hat auch... Ja, wobei Uri nicht so high range ist, aber... Ich glaube, Uri hat auch sein Berser zur Seite liegen. Was? Wo gehst du an der coole Champ? Ja, ist sie auch, aber ich habe halt einfach bis jetzt im Team voll die schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ja, sonst kann Benni das picken. Letztes Saison habe ich sie im Team auch öfter gespielt. Ey, Benni, sonst pick das, was du am liebsten willst. Äh, Valkos Mitte. Ja, dann kann ich auch irgend sowas wie Xerath spielen. Da passiert nicht viel. Ja... Es sei denn, ich pick halt jetzt eine LeBlanc oder so und dann kenne ich ihn halt, aber dann fehlt uns halt der Wave clear. Wem soll ich denn was picken? Oder ich kann auch Captain LeBlanc picken. Das geht ja auch, man kann ja auch... Captain hat auch Wave clear. Ich könnte auch Syndra spielen, da habe ich gegen Valkos auch... Ich denke, ey Jungs, 10 Sekunden! Wir haben Wave clear sowieso durch, Gorki, du kannst doch was anderes machen. Also schnell! Syndra. Also ich wollte gerade ansprechen, dass wir den Fokus nicht so auf den Wave clear legen sollten, weil... Ne, natürlich nicht. Aber auch mit Inbetracht ziehen, so. Oh, fuck, hebele. Shyvana top? Ja, Seja top. Was sonst? Ach so, dachtest du, die geht junglen, oder was? Ja. Dachte ich jetzt so. Hättest schon halt hinschreiben müssen, Tobi, 36 Stunden streamen. Er klingt schon voller Blöde. Jo. Voller Leise. Am Wochenende, vielleicht. So, boys. Oh, warte mal, das ist auch viel bei meinem Channel. What the fuck? Ach, Glück gehabt. Ich hab keinen Bock auf, der will ihn jetzt gerade, ey. Dann bist du gerade am... Dann machst du gerade Druck, will ich ihn gerade killen auf einmal, popp, ne Evelin auf. Einfach so... Ich hasse es. Wo war das heute im Solo-Queue-Game, Shako? Es war viermal hintereinander so. Ich wollte die bitte killen, auf einmal, boom. Shako neben mir. Oh, Alter. Schlimm. So, boys. Für die 35 Stream- Äh, Viewer. Hey, Tobi. Liked es bei dir eigentlich nicht, wenn du deinen Stream in 33 Tabs offen hast? Äh, ich hab meinen Stream in genau in einem Tab offen. Genauer gesagt, es ist nur das Dashboard. Oh, Gott. Der war... Der war... Aber du hast lange gebraucht. Du hast lange gebraucht, ey. Nee, das kam von Felix gerade. Boah, nicht mal deiner, ey. Schäme dich. Aber nee, das leckt bei mir nicht. Ich hab hier auch 33 PCs. Nice, ne? Das sind noch die ganz alten... Seitdem ich probiere, will ich sehen, halt. Alter, aber der kostet es gar nicht. Ich hab auch Push-to-Talk mittlerweile drinnen, sonst hört man die ganzen Rechner hier. Mittlerweile. Man hat irgendwas in Twitter-Shot eigentlich geschrieben. Ja, kleine Fetzen hab ich grad gesehen. Aha. Wieso hast du so viele View? Ich kann es mir nicht vorstellen. Maggi und ich haben es alles viel professioneller aufgezogen. Es ist... Ihr seid aber auch nicht... Angeblich Freunde, sagt er. Angeblich Freunde. Benni, es kommt auch einfach... Du, ihr seid doch keine Asiaten. Habt ihr Teamwrecker den Titel geschrieben, dass die Leute mal an wie sonst was? Ja. Ja. Ihr seid doch keine Asiaten. Ihr seid einfach keine Ausländer. Das ist gut zu wissen, Maggi. Wir schauen jetzt immer Teamwrecker rein. Ich hab natürlich mehr ein Gedonner. Was hast du vier Uhr? Null. Was sonst? Nee, nee, nee. Ich gucke selber noch. Fuck. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. What the fuck, Maggi? What the fuck? Nee. Nee, das ist einfach... Tobi, das ist einfach dieser Ausländer-Faktor. Die wissen doch gar nicht, dass er Ausländer ist. Er hat keine Kommen, nicht so. Die wissen... Und in der Beschreibung drinstehen. Und in der Beschreibung? Weißt du, Maggi und ich haben das schön aufgezogen. Hier ist der Schewana. Und der Setup und dem ganzen Scheiß. Und er hat aber... Weheg. Da ist auch ein Wekos. Da ist ein Wekos. Aber das liest doch kein Match. Alter, die sind da alle. Renekton ist auch da. Hier brauche ich ein Wort. Ich habe mein Wort schon hier in den Tribus gestellt. Maggi, du hast null Views. Ja, wow. Oh, der Wekos-Skin ist so geil. Ja, gucke ich mir gleich an, wenn er am Boden liegt und wenn er tot ist, ey. Mal sehen, mal sehen. Wobei, was ist der Wekos? Ah, ich bitte dich. Aber der Wekos ist ein Warring Carry. Ja, der ist nicht schlecht. Oh Gott, Maggi ist Warring Carry. Was bin ich? Maggi ist Warring Carry. Willst du mich verarschen? Easy, Alter. Wow, hi, Mom. Wekos hat eine 5er KDA in 55 Spielen. Ja, der Wekos ist nicht bad, ey. Das ist heftig. Gang, easy live. Ich mache den kaputt. Ja, los, dann zeig mal was, Junge. Aber wenn, ich sehe es schon kommen, Alter. Aber wenn der Jungler kommt, flippe ich aus. Ich denke, gerade soll ich ihn jetzt schon killen? Erstmal Level 6. Na, du denkst an der Thurian, ne? Nein, jetzt sind die Ghosten. Nein. Na, ist doch ein Delay. Wie viel habt ihr drin? Du könntest nicht reintunen, aber es ist Standard, bis ich 15 bis 20 Sekunden. Ja, okay. Ah, das war... Den hätte ich jetzt aber echt nicht gepostet. So sehen wir halt auf die Wards. Ich kann auch Delay reinstellen. Könntest du gar nicht. Als ob du das jetzt auf die Schnelle noch machst? Doch, kann er schon. Was? Wie denn? Achso, direkt über Robiast oder was? Ja. Ja, du kannst schon Delay reinstellen. Ich bin jetzt. Kann ich. Äh, lol, hat der gar keinen cooldown? Aber wenn die... Ja gut, aber die wären jetzt... So viel können die jetzt auch nicht gucken. Die müssen selber spielen, die Affen. Außerdem ist sowieso 30 Sekunden die Welt. Nein, ich habe letztens bei dir geguckt und das waren 15 Sekunden nur. Ja, wow, 15 Sekunden sind bei Leuten jetzt nicht so viel, ne? Ja, es ist scheißegal. Es geht um die Wards. Die sehen, wo wir warden. Was jetzt echt Sorgen deswegen? Ja, nein, aber theoretisch sehen die, wo man wardet. Was meinst du, warum es exakt drei Minuten sind, wenn du im Game zuguckst? Ja, das ist klar. Genau wegen den Wards. Dass man nicht sehen kann, wo die warden... Ja, mein Bruder, ich weiß noch Bescheid. Hey, Bruder. Ja. 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 Wird du mich verarscht? Ey, Bruder. LoL, wer kostet das? Zwei Pots? Nein. What the fuck? Ja, weil er auf Fresse kriegt. Aber der nimmt irgendwie jeden Minion mit, fällt mir gerade auf. Das mit auf Fresse geben, da, 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 da. Halt dich mal noch zurück. What the fuck, warum laufe ich nicht durch die... Oh, oh, Gott. Ich laufe nicht mal durch die Gates, ey. Aber Shyvana ist eigentlich nicht so stark beim Ganken. Die braucht halt echt die Lane dazu, ey. Ja, mir ist am Anfang echt schwach. Warte mal, probiere ich Getrebo-Sporn. 21, Luke. Ich könnte top kommen. Joa. Man hat noch nicht so den krassen Damage. Ah, er hat gewordelt anscheinend, oder? Wobei, der ist gar nicht so tanky. Der hat ganz bestimmt gewordelt. Okay, go, go, go. Double Dash. Ich laufe's nicht, Alter. What the fuck? Der Mori Skiri! Der Mori Deri, Alter! Oh, hier ist gewordelt, ey. What the fuck? West, Gang, Ego West. Wir waren aber bot lane. Ich weiß nicht, ob das gerade so viel kommt, hier rum zu sein. Ja doch doch doch. Der, der, der... Wegpusht ja auch noch rüber. Good job, Coggy. Schön rausgekriegt. Er hat ja Wegpus nicht getötet. Shyvana ist unten weg. Hast du auch geflasht? No. Okay. Von denen hat auch Kindern geflasht. Exos hat aber geused, ne? Kann sein, ne? Shyvana bitte. What the fuck? Ja, die kann dich echt einfach... Das ist selbe. Ja. Ja. Gut, komm, Marcel. Mini ist kaputt und geht wieder. Aaaaaaah! Fuck, Alter. Ich brauche eigentlich noch die Crux. Muss man nur bleiben, bitte. Ja, dann muss ich jetzt kurz vorne saven. Am einfachsten zu gegen hast du es, glaube ich, hier im Moment an echt in Mitte und... Na, bot ist hart. Ja, bot ist halt wegen MTC hart. Ja. Ja, sonst versuche ich in Mitte was zu machen. Oder sonst farme ich einfach einen Versuch zu Counter-Jungle. Na, das geht auch. Shyvana top. Sehr gut. Nein, ich will nicht diesen CS müssen. Nein. Das ist mein erster CS, den ich müsse. Fuck für Shyvana. Nicht, dass du dafür stirbst jetzt, ey. Ne, werde ich nicht. Vel'kos fehlt. Der Reign hat euch ja raus. Na gut, dann werde ich Counter-Jungle. Vel'kos ist nur am Farmen, Alter. Alter, hast du gesehen hier unten ab? Ja, was ist denn? Fuck! Oh, Jungs, ich komme, ey. Der hat keinen Flash mehr. Bitte fehlt. Wo ist denn der? Vel'kos fehlt, der ist schon dabei sechs. Wie verschenkst du ihm in den? Ja, sorry, ich musste gerade schreiben. Wo ist denn dieser... ...Neglet? Was soll ich gerade zusammenreißen, Alter? Na, das Streamen sollte man sich ein bisschen zusammenreißen, ne? Nach den drei Creeps weg, oder? Ja. Also, ich müsste lange reißen. Ey. Ich gehe jetzt Solo-Drake machen. Ah, have fun. Ähm, ich muss jetzt wieder unten. Haben die Gegner in den letzten Games eigentlich ziemlich oft gemacht. Vor allem, wenn die gut waren, gell? Also, Solo-Drake ist relativ früh. Ja, ist mir gut. Ja, bin ich doch gerade dabei, Mann. Ja, ja, ich meine nur so generell jetzt. Mitte fehlt. Oh, nicht, dass ich hier jetzt verweck, ey. Oh nein, ich bin gewartet! Stier Schweine! Wie viel hattest du? Wie viel hatte der Drak? Die P ist draus. Der Rank hat gebührt. Ja. Ja, die machen den Drak jetzt noch. Oh, schau doch. Oh, ja, fern mal, fern, fern mal. Ach, komm, Alter. Das ist, das ist Badluck, das ist Badluck. Nee, du brauchst einen Pinkpot, wenn du sowas machst. Ja, oder Stream. Wow! Ich hab die da jetzt reingemacht, 120 Sekunden. Nice Ghost, nice Ghost. Ja, gut. Tuten, Alter. WTF? Geht man nicht auf sowas ein, Alter? Deswegen posten wir keine Stream-Mix. Na gut. Ich hätte ihn sogar bekommen sonst. Ich glaube, thanks for watching oder sowas. Ja, die hören das doch. Die haben die wahrscheinlich schon wieder runter und hoffen und hören und so los. Das sind vor allem auch Deutsche, ey. Tobi, kannst du dir vielleicht noch mehr delayen oder so? Hat er grad gemacht, 120. Okay. Ja, 120 sollte okay sein. Würde er sonst vielleicht 3 Minuten sagen. Das ist so schön, dass, ähm... Werden die Blumenfahrer sagen, Afka? Diese Hurensohne, ey. Du weißt gar nicht, wie ich die grad hasse. Hello, steht das wieder da? Na, solange er jetzt den Delay rein hat. Ja, das ist halt... Den Drake hätten wir bekommen, ne? Ah, ja. Wir sind trotzdem ein T-Scan, wenn wir gewinnen. Ja, man. Das gewinnen wird easy. Ja, wir haben schon 30 Fahrer mehr wieder, wenn wir gewinnen. Ja, als... Ey, das werde ich immer korrigiert für alle Leute. Ich hab dich am Anfang noch geschont, ja. Zu Felix hab ich's auch schon gesagt. Philipp ist noch neu. Das werde ich immer korrigiert und ich kann's mir einfach nicht merken, dass das irgendwie so... Keine Ahnung... Irgendwas... Einländisches... Skiwana, Spotline. Bendy ist hier... Alleine, ne? Oh, wie hat das... Okay, kein Ulti mehr. Skiwana kommt vielleicht in die Mitte... Philipp, was machst du da? Diese fängst du jetzt an zu singen. In die Mitte... Hast du selber gemerkt, ne? Skiwana, Spot, Skiwana, Spot. Skiwana, Spot, Skiwana, Spot. Hat er nicht noch dran geworden. Nein, ich kann nichts. Die ist so bad. Die macht deine Golems. Boah, ne. Ja, die macht deine Golems. Boah, Maggi. Mach den Stream eben aus. Gut. Welkos hat Blue bekommen, glaube ich. Die kriegen wir noch. Kriegt ihr nicht mehr, Alter. Dieser Double Bite hat mir so viel Damage gemacht. Kriegst du eine Bubble hin oder so? Warte, warte, warte. Yes, so bad. Meine Nacken hat keinen Ultimator. Boah, der ist so low. Nice, nice, nice. Tobi Lasted. Wie ihr es nur ein Farm macht, Alter. Nee, das war aber Wayplate von Maggi. Mhm. Schöner Bait. Muchas gracias. Deswegen bin ich aber eigentlich fertig. Ja, das war auch nicht gerade Badplate von mir. Du bist gestorben. Das war Badplate. So, Jungs, leider geht's. Wo ist Renekton? Er ist gericult, er hat noch 100 AP. Oh. Oh, ich denke. Weiß, er konnte nicht sagen, der ist gericult, sondern er ist gericult, er hatte noch 100 HP. Ja. Weil sonst hätte er auch eventuell noch irgendwo hingehen können oder so. Offlane? Tobi, der ist nicht offline, oder? Warte, ich hab gerade ausgemacht. Okay. Engagen die euch? Ja. Komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich muss kurz warten, bis die Ball deck ist. Oder so. Oh, scheiße, Alter. Okay, nice. Easy. Tobi, ich kann dir auch Kills lassen. Boring, Boring, Boring! 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 Nein, kann ich nicht. Wollen wir in ihren Jungle irgendwo warten? Oh fuck, sorry. Wollen wir in den Jungle irgendwo warten? Wollen wir in den Jungle irgendwo warten? Warte. Okay. Alter, 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 Alter! Ich hab'n lag. Ich hab'n lag. Klar. Nein, ehrlich jetzt! Jürg, ich konnte mich nicht bewegen. Du hast dich bewegt. Voll in Richtung Tyrrell. Drägen ist immer noch ab. Na, TP ist ready. Ja, Bro. Egal, ich schweine auf die Schnauze. Ja, ich mach' den Rake jetzt. Hier lachen die Gegner immer aus, Alter, wenn sie mit so was kommen. Ich geh' jetzt zum Drake. Oh, Magi, Yuso! Oh, not that. Ich bin jetzt grade back und kauf' mir jetzt was schönes. Also hier oben ist ein Ward-Warner definitiv. Warnacken bewegt sich jetzt zu Fuß und Trake bin auch auf'n Deck. Oh, what the fuck. Wir wollen einen Trake jetzt machen, ja. Wie gesagt, hier oben ist ein Ward-Warner in dem Glembusch. Oh fuck, dann. Beteilig mein Tyrrell! Er wird laden! Was magst du mit die Lilia zuerst? Gegen Renekton weh. Allgemein? Eher eh. Ich mag eh lieber. Kannst du mir besser mitcatchen und normalerweise auch besser traden. Aber gegen Renekton ist das Tane gut. Rom, 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 Rom! Ja. Renekton! Kann ich stun. Ja, Renekton ist gut, Renekton ist gut. Karin, mit Sintra ulti, Renekton don't go. Ich dachte du kriegst den eh, fuck. Ja, muss ich jetzt flaschen, passt. Lucian ist auf. Komm, 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 komm! Oh Gott! Frake, 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 Frake! Okay, nice, Frake. Snack, bitch! Komm mal, komm mal. Oh, sorry. So rum. Wenn ich ein bisschen in der Lowlife-Velkurs stehe, dann... Ist dann im Velkurs? Shyvana, Shyvana. Aber ich bin halt tot. Shyvana muss jetzt snacken. Shyvana? Alter, ich bin so schnell gestorben, what the fuck! Und Drake. Oh Mann! Hilfe, Hilfe! Danke, 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 danke. Drake, 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 Drake! Sehr gut, danke. Yo, yo, ey. Ich... Zieh sein Akku auf mich, ich merk das schon. Ich bin auch gar nicht Akku auf Sie, gell. Nein. Hahaha. Wieso hab ich auch nicht nen Dealer hereingemacht? Hey, wieso? Ne, ich hab schon verstanden. Tobi, für den kriegst du 2 von 10 Punkten. 2 von 10 Punkten? Mhm. Ich bewerte jetzt eure schlechten Witze. Du hast nicht viel Mana, Tobi. Okay. Alter, was macht's denn? Wupf! Wupf! Ich glaub, Tobi braucht kein Mana. Piglet hat das letztens auch gemacht, aber der ist dabei gestorben. Nice, Tobi. Tobi ist besser als Piglet. Ja, ich wollt grad sagen, Tobi ist besser als Piglet. Start auch mit Wayne. Wen hat er gedrived? Sivir, glaub ich. Aber er ist noch gestorben dabei. Natürlich auch sehr stark. Wie der? Alter, du hast überhaupt keinen Cooldown auf dem Shit, ey. Shyvana, hast du beim Blue? Nein, mein Weg ist auch Low Cooldowns. Shyvana hat Blue genommen. Warte, ich warte hier kurz. Ja, Jungs, ihr seht, es ist ein Wangel irgendwo. Ja, Jungs, ihr seht, es ist ein Wangel irgendwo. Ja, Jungs, ihr seht, es ist ein Wangel irgendwo. Halt, wartet, wartet, Minions, wartet doch. Welkos, Welkos? Renekon, kannst du wasch, komm, ich hab' weiter, wo ich bin. Shyvana hat den Blue genommen, Alter. Nice. Hab' ich, hab' ich noch gesagt? Hab' ich nicht gesehen. Pass auf, Braum auf. Ich weiß nicht, wo alles hingeht. Get carried, wurdest du, Digga. Aha. Okay, Braum kommt nicht, bitte. Shyvana ist top. Die würde ich, die würde ganken, die würde ich hier ganken. Ja, das wär' schön, weil der Rank würde jetzt vielleicht kommen, denke ich mal. Luschen ist, Luschen ist noch miss. Ja, wir können Shyvana auftöten. Okay, warte. Wenn sie zu nah kommt, wenn sie zu nah kommt. Ja, fuck, ich kann die nicht stunnen, weil meine HP zu hoch sind. Go, go, go. Ja, ich kann die halt nicht stunnen, ja. Ja, die wird ulten müssen. Okay, das war nicht so schlau von der. Wow. Also ich hab' den Spanich getroffen. Ja, ich halt' dich. Fuck. Welkos fehlt. Welkos ist oben bei euch. Weg, 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 weg. 3 Sekunden zum Stun. Ja, 3 Sekunden zum Stun. Oh, oh, nice. Ja, octet, bitch. Oh, fucking laser. Please, no true damage. Boah, cool. Alter, Mann. Ich hab' das richtig hart an. Ich hab' das so behindert aus, Alter. Tobi, ich vorstell' dir noch 2 Watts, dann geh' ich nochmal base. Wie hat er rumsteuert? Alter, ich hab' 3000 Ping. Alter, ich hab' 3000 Ping. Ey, komm, ich hab' nicht gestorben. Nein, fuck. Ah, greedy. Bisschen zu cocky. So hat er die 5er KDA, jetzt weiß ich Bescheid. Alter, Mann, was ist das denn? Ich mach' weiter. Oh, dann ist miss. Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Alter. What the fuck? Get the fuck off. Alter, ich muss re-logen wahrscheinlich. Oh, shit. Oh, shit. Ich hab' ja gar keine Turtles mehr im Rücken, Mann. Ey, Magga, Mann, das war... Was kann Maggi da dafür? Gerade, als wir vom Laser weggekommen sind... Zack, 3000 Ping. Und dann... Oh, Mann, das reg' mich gerade auf, ey. So'n unnützer Tod, ne? Alter, jetzt chill doch mal. Wie? Ich hab' gestern auch einen DC gehabt und bin dabei gestorben. Mein Gott. Okay. Ich hab' ich... Balls, komm mal. Balls oder Balls? Ich bin am Start. Ihr seid behindert, Alter. Das sind 4 Stück. Aber wir sind auch da. Oh, ho, ho, ho. Tut schon weh, war Vel'kos? Das war jetzt unfühl! Du, Joe Balls, ich kann ja auch nicht reingehen. Wenn ich nicht ulti raus... Jungs, ich bin raus. Mein TV ist ready, gell? Ich kann für'n Track gleich die spielen. Ey, dieser Lag, ey. 45, noch ist noch Zeit. Ich... Nur gleich mein LAN-Kabel. Pass auf, hier ist Brom. Hier ist Brom. Nee, der kommt jetzt von hinten, Alter. Du stehst doch drauf. Mann, wo bleibt der? Ohhhh... Ich glaub, der ist B. Kommt nicht drauf. Dieser Lag hat mich so aus mein Konzept gebracht. Brom, pass auf. WTF? WTF? Hat der Shyvana gesehen? Nein. Doch, die hat hier geschaffen kurz. Also, die war irgendwo bei mir in der Nähe. Okay. Na fuck, aber Vel'kos ist auch Mist. Vel'kos ist hier. Ah, da ist er jetzt. Jetzt ist Shyvana oben. Nein. Fucking. Ich hab'n Shyvana. Wie sieht's aus, als ob er ein Ulti. Ich kann hochkommen. Vel'kos ist neben dir hier. Ich kann mit 100 Leben weg oder so. Du schwindest hier bei'n Dragon. Jaden Briggs ne 30 Sekunden wieder. Philipp, hast du Teleport? Ja. Hat er. Hier? Der dashed drüber, glaub' ich. Oh, der Overkill, Alter. Der Overkill. Wir waren erst noch top. Track darf da eigentlich viel sein, wenn wir jetzt direkt hin gehen. Okay, alles klar. Arschloch. Was Arschloch. Piss dich. Mindfarm. Blue's up. Ja, Track, Track, Track. Ja, Mann. Ja, Mann. Wir haben's. Oh. 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 Wir können doch auch beides haben. Drake und Blusha, hä? Wir fliegen. Tötet ihn! Boah, wieder ein Spiel. Boah, wieder ein Spiel. Boah, was kommt denn? Wow. Ja, ich bin jetzt wieder. Pass auf. Oh, jetzt kommt der... Oh, die kommt drüber. Pass auf. Nice, Magi. Äh, Benni. Nice rüber. Danke. Ja, ich geb dir auch mal ein, Mensch. Im wahrsten Sinne des Wortes, ey. Komm, bitte. Ey. Du hast auch schon weg. Uh, Mitte geht ab, oder was sagste? Bin gleich da, bin gleich da. Oh, warte, der WB, der WB. Nein! Fuck. What the fuck? Noob. Noob, du hast dich schon richtig gehört. Noob, alter. Das ist ja gut, man. Braum ist über dir. Alter, ich hab schon wieder ein Leg. Ähm, A-Arsch. Braum ist, Braum ist, Braum ist, Braum kommt top, Braum kommt top. Der ist hier über den Tribusch. Bin noch auf dem Leg. Ich komm auch hoch, äh, hauen ganz. Oh oh. Bring gleich da, bring gleich da. Nein, 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 nein. Nice. Wow, paar Sekunden. Alter. Shyvana, Shyvana. Ich komm, ich komm. Fuck. Na, egal. Wofür das Wind erwartet mich? Ich kann zu dem Minion Jump und Shyvana stunnen. Ja, go. Ah, fuck. Hast du gesehen? Ja, nice. Tobi hat heute Spaß. Top-Told. Wir pushen zwei Tore, Jungs. So. Velcroz kommt von unten. Ja, scheiß auf Velcroz, man. Velcroz. Ja, der war bad. Wie sieht Tobi? Ja, den Tore. Ja, easy kill. Easy kill. Wenn ich dran komme. Nein, 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 nein. Tor, 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 Tor. Ja, wenn ich dran komme. Oh, keine Minions, keine Minions. Gott bist du. Pass auf, tank, hol den Tore, hol den Tore. Ich bin raus, ich hab ne Mana. Ich hab ne Mana, ich bin raus. Velcroz hat keine Barrier und kein Flash mehr. Was mit mir? Ja, der hat das jetzt ab. Was? Ich hab gesagt Velcroz hat keine Barrier und kein Flash mehr. Achso. Nika hält das ab. Ah, meine Hand, ey. Das ist mein earliest Nika-Hills ever, glaub ich. Benny Blue? Du stehst doch bloß 3-0-3, ich bin. Ja, bin offen mit. 3-0- Alter, what the fuck, Maggie? I still hear the song of the field. Bruder, ist das ein Kanak? Was sagst du, Alter? Das sagst du auch zu mir ab und zu, Mann. What the fuck? Ich hab nen Brom gefunden. Ah, meine Hand, ey. Rack, dann nehmen wir jetzt mit, Alter. Oh, da ist noch mehr, da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Brom, 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 Brom. Brom, 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 Brom. Machst jetzt grad'n Auto nach. Brom, 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 Brom. Wie ein Wichser, Alter. Hier vorne ist gewordet. Brom, 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 Brom. Brom, 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 Brom. Ich spaste, Alter. Guck mal oben ein bisschen. Oh, oh, Philipp, 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 Philipp. Ja, ja. Wollt ihr? Ich bin aufm Weg, aufm Weg. Ja, willkommen, ich will meinen Pentakill haben. Oh, die will ich stieren. Ui da. Vorsicht, jetzt kommt vielleicht der Laser vielleicht? Okay. Boah, der Dodge, Tobi, der Dodge! Oh, Condemn, Condemn, schade. Oh, scheiße. Ich bin low genug zum Stunnen. Ich bin low genug zum Stunnen ist auch ne geile Aussage. Ja. Ne, ist das true. Ja, aber das klingt irgendwie so. Oh, ich bin low genug. Ich kann reingehen. Ach komm, fuck it. Oh, Tower. Oh, Tower. Mhm. Ah nein, jetzt musst du noch einen Speer treffen. Ja! Fuck it. Heute bin ich Creedy. Oh, Gott, nein, Mann! Okay, nein. Alle viel zu weit gegangen, ey. Okay, ich gebe B. Kache ist in einer Minute. Oh, scheiße. Oh, 100 Leute, wir haben bei uns. Oh. Ja, ne, ich bin der Renekton einfach mit. Ja, Drake 50. Philipp, top ist so... Oh, hier ist ein Pickguard. Ja, Top-Power geht eh down. Ey, wie soll ich die Lucian-One-Shotten? Oh nein. Aber du bist Nidalee, Nidalee. Überleben alles. Du bist Nidalee, du überlebst alles. Hat die meisten Tode. Okay. Ah, siehste? Siehste? Den Blue zieht ich auch noch, ey. Oh, komm! Nidalee prophezeiung. Wo bist du, wo bist du? Ich kann von hier flanken. Ja, ist dann... Drake wäre ein 5. Drake? Und... Ja, ich... ich push top, ihr macht Drake. Sodo's will push out the carry. Schon wieder? Du meinst wohl Sodo-Yodo pushen. Alter! In der Luft. Ja, Magi, komm, die machst du. Ja, wenn du tankst. Und ich... Ich wäre hier zur Unterstützung. Hier, Velcroz. Come then. Ah, keine. Komm ich nicht ran. Nein. Ja, Jungs, passt auf, ne? Nicht, dass ihr zu greedy werdet. Ich wollte es nur angesprochen haben. Ja, der Laser macht schon gut Damage. Hat er seinen ersten Skillshot getroffen. Der Velcroz im ganzen Spiel. Glaub ich. Nee, nee, der ist schon nicht so bad. Nee, der trifft schon. Ja. Der ist schon nicht so bad, der Velcroz. Alter, Mann. Ihr pusht doch gerade zu dritt Outland. Was wollen die hier? Piss dich, Racken. Der Rank hat 0 Magier-Restance. Den kannst du fast bursten. Ich hab kein Ultikat. Ich hab Lucian geburstet. Ah, okay. Oh, Gott. Das hat niemand gesehen. Ja, der Carry kommt schon, Jungs. Keine Sache, keine Sache. Wir haben unseren Carry hier. Ja. Obwohl Tobi den Dings richtig vergewaltigt hat, steht da auch noch 5 zu 3. Hm. Magier hat sich auch 3 Kills gesnackt. Der Wichser. Ich bin weg. Der blöde Wichser. Tschüss. Shyvana, Stopland. Sag dir tschüss. Okay, dann hab ich. Oh, shit. Ich heal, ich heal. Ich hab den Licker jetzt mehr. Oh, wir haben voll gehealed. Oh, no. Ich hab den Licker falsch. Wir sollten verringen, dass wir eigentlich den Puck spielen wollen. Oh, Mann, Alter. Und du überlebst halt, Alter. What the fuck. Ich hab den Licker falsch gemacht. Ich hab den Licker falsch gemacht. Ich hab den Licker falsch gemacht. Ja. Muss man ihn lassen. Ja, er ist gut. Er hat aber keine Fünfer-Karte, ja, das Game. Doch. Nee. Naja, 4,5. Schämlich Bruder oder Bruder oder? Ja. Wollen wir mal Natch forcen oder sowas? Ja. Was bist du? Alter, Tobi. Äh, Timur. Capped. Ja, okay. Gut, ich seh ich. Mutualchert. Ja, putter. So wie du. Also Dragon ist, äh, Baron ist ausgewordet, sag ich mal so. Auf mich. Mach die Crap, mach die Crap. 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 Mach sie selber. Du stehst 3,020, Alter. Wirst ja wohl so ne scheiß Krabbe machen können. Ich hab alles schon gescreept und alles gecleared. Hier ist nix. Soll ich Bord pushen? Ach, Benni. Hier ist ein Bord drinnen. Da ist die Krabbe. Wo ist die Krabbe, Timo? Wo ist die Krabbe? Komm, such die Krabbe. Renekon, Renekon, Renekon. Renekon, 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 Renekon. Oh fuck. Okay. Wir wissen halt genau, dass wir hier sind. Das ist scheiße. Ja, das geht schon. Ja. Nein. Den haben ich jetzt gerade ge... Äh, fuck, Alter. Ja, deswegen, das ist... Alter, der Velcroz, der deletet mich so an. Der Velcroz ist in der Base, ne? Okay. Hättet ihr ruhig sagen können, dass der Mist ist. Der war gar nicht dran. 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 Ich war gar nicht dran. Der war gar nicht dran. Ich wollte eigentlich auch. Aber das Game ist noch nicht gewonnen. Also das bleibt mir wieder beim Trial. Wollt ihr noch ein paar Sekunden wahr? Ja. Fuck. Ja, jetzt sind alle die Mitglieder. Ihr Wichse! Jungs, jetzt einfach zu endlich siegen. Hol doch, hol doch. Ja, okay. Boys, einfach siegen. Alle bitte. Easy, easy. Game easy. So, folgt dem Worrying Carry. Das hat der Velcro seine 5er KDA Ich verfolg doch gerade schon Philipp So, wo ist meine ADC? Da ist meine ADC Wo ist denn Philipp? Ach da ist Philipp Lass die Minions leben Ihr wisst das Alter, ist das gekommen am Arsch? Verneckt meine Stopland Den hier bist aber unten Gehen wir doch gerade hin Win against the current Ja, irgendeiner geht schon irgendwo anders hin Ja, was macht Philipp da? Oh lord Will ich das finishen? Ja Ich denke Am Arsch Ich bin am Arsch Ey was dumm, was ist das? Bitte! Minions, please! Minions Was da Warst du gerade der Stark, Alter? Ja WTF Und warum hat er noch mehr Leben als Bennion, obwohl er 5 Stunden dauertankt Ja WTF 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 gehalten hat. Der Rest ist ja mal voll untergegangen. Oh, der schreibt Servus. Servus, Alter. Servus. Okay, na, wer war denn das gewesen? Shyvana? Ist irgendwo bei dir da angesiedelt, Benni? Bei mir da angesiedelt?